Drehe dich um eine Anzahl an Grad, während du in der Luft und zu Fuß unterwegs bist. Also die Aufgabe könnt ihr auf mehrere Arten erledigen. Ich würde euch empfehlen, hier bei Schneeherz bei diesen NPC landen. Bei ihr könntet ihr euch den Flowberry Sprudel kaufen. Das wäre hier diese Flasche. Insgesamt müsst ihr euch um 7200 Grad drehen. Das wären 20 vollständige Umdrehungen. Nutzt jetzt hier die Seilrutsche, um auf den Berg zu kommen. Oben am Berg angekommen, nutzt ihr jetzt den Sprudel, dass ihr da den Effekt erzielt. Springt jetzt hier runter, dreht euch insgesamt 20 Mal und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. Solltet ihr nicht schaffen, euch 20 Mal zu drehen, wiederholt das Ganze. Ihr könnt aber auch weiter rennen und euch im Rennen drehen.